In Deutschland kommen Busse immer zu spät an. Ich konnte mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich habe letzte Woche einen Termin beim Zahnarzt vereinbart. Sie sollten nicht zu spät kommen. Andernfalls wird der Termin abgesagt. Ja, ich habe die gleiche Situation erlebt und erlebe sie immer noch. Aber machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ich vertraue darauf, dass Sie Ihren Termin vereinbaren werden. Warum rufst du nicht den Arzt an und sagst ihm, dass du etwas zu spät kommst? Ja, ich habe eine Nachricht an die Sekretärin geschickt. Aber ich mag es nicht, zu spät zu einem Termin zu kommen. Ich mag es, alles pünktlich zu erledigen und pünktlich überall anzukommen. Du hast recht. Es gibt ein Sprichwort. Zeit ist Geld. Wenn ich also nicht pünktlich zu einem Termin erscheine, habe ich das Gefühl, dass sich der Person sozusagen neben ihrer Zeit auch ihr Geld stehle. Wie auch immer, der Bus kommt. Verabschieden wir uns jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei der Arbeit. Okay, bis morgen.